Also, bist du bereit? Bereit für was? Der Hauptevent! Das heißt, ich gegen dich. So ein Schwachsinn, ich kämpfe nicht. Ich hab was anderes gehört. Es geht los, Fight-Fans. Ryan, der Terrier, McCarthy, gegen Jake, Linebacker, Tyler! Was ist das, Mann? Hör zu. Wenn du der Beste sein willst, musst du den Besten schlagen. Ich will aber nicht der Beste sein. Wir alle haben das Video gesehen, oder? Ja! Das war eine coole Nummer. Ernsthaft, okay? Ein rechter Haken. Und der Kerl fiel um. Hey Ryan, ich glaube, Iowa steht nicht auf sowas. Tja, man muss den Leuten geben, was sie wollen. Wollt ihr einen Kampf sehen? Und ihr? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Oder gegen sonst jemanden. Du willst nicht kämpfen. Was hast du dann hier verloren? Hm? Oh? 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 Das ist irgendwie peinlich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ryan hat meinen Gesang. Wo willst du hin, verflucht? Sekunde. Warte. Warte. Das Video war spitze. Und du kannst kämpfen, Alter. Im Internet steht manches. Es ist also gar nicht wahr? Auch nicht das mit deinem Vater. Der betrunkene Versager, der sein Auto schrottet. Was ich jedoch nicht verstehe, ist, was hattest du auf dem Beifahrersitz zu suchen? Wieso bist du nicht gefahren? Wow. Hattest wohl damals schon keine Eier. Ich schätze, das Internet hat doch nicht gelogen. Oh, 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 oh. Ist schon gut. Du willst sicher Handschuhe, hä? Ja. Ich will Handschuhe. Es geht los! Der Hauptevent! Yo, beruhigt euch, beruhigt euch! Seid mal ruhig! Der Fight endet durch K.O. oder Aufgabe. Fertig? Fertig? Geht alles! Der Knacki Gerechte! Der Anweis! Aua, was für ein mieser Trick. Aber du bist gut. Ja, und du hast einen soliden Körperschwerpunkt. Aber dieser alte Box-Technik-Kindergarten, der... Naja, der bringt dich hier nicht weiter. Du musst moderner werden. Das sticht nicht, ha? Das muss wehtun. Jetzt ist dein Bein nutzlos. Kannst kein Gewicht mehr drauflegen. Und das Beste daran ist... Wenn ich mit dir fertig bin, bist du eine echte Lachnummer. Und das vor all diesen Menschen. Das war zu einfach. Nein! Steh auf! Steh auf! Du bist verrückt! Er steht auf! Er steht auf! Er kommt wieder auf! Bleib einfach liegen! Erhol dich erst mal mal! Du schlägst wie eine Frau! Danach müslar! Er steht auf!